Moin Moin! Kennt ihr alle Wissen vor Acht? Die Aufklärungssendung des selbsternannten Weltretters und Honorarprofessors Eckart von Hirschhausen. Am 17.08. hat er sich in dieser Sendung dem Thema Milch und Rind gewidmet. Er hat gesagt, dass wir 86 Kilogramm, jeder Mensch 86 Kilogramm Milchprodukte und Milch zu uns nehmen. Was ich auch gut finde, grundsätzlich. Weil Milch ist ein nachhaltiges Nahrungsmittel, beziehungsweise auch Milchprodukte. Und die ganz besonders. Aber darum geht es gar nicht. Wenn ich mir die Sendung angucke, in Summe, hat er ja erstmal diese ganzen weißen Siedler, die irgendwie im 19. Jahrhundert die 30 Millionen Büffel in Nordamerika niedergemetzelt und abgeschlachtet haben. Die hat er erstmal heiliggesprochen. Dass die diese fiesen Klimakiller Rind, die ja CO2, Methan und Lachgas produzieren, dass die erstmal weg sind. Also das muss ja was ganz Tolles gewesen sein, Herr von Hirschhausen, wenn ich mir Ihre Äußerungen so angucke. Und ich sage ganz ehrlich, nein, war es nicht. Weil Rinder sind unsere wichtigsten Helfer im Klimaschutz. Die tragen zum Humusaufbau bei, durch Beweidung. Und man muss einfach mal verstehen, dass diese Ausscheidungen des Rindes, dass die keine Kosten verursachen am Ende, sondern dass diese Ausscheidungen, diese Treibhausgas-Ausscheidungen der Rinder, dass die Teil biogener Kreisläufe sind. Und selbst das Bundesumweltamt schreibt auf seiner Seite, 97 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen sind biogener Art. Und diese biogenen Treibhausgas-Emissionen befinden sich immer in Kreisläufen. Das heißt, sie neutralisieren sich im Laufe der Jahre immer wieder von selbst. Das ist ein Nullsummenspiel. Und unser Problem sind die drei Prozent anthropogene Emissionen. Die liegen nämlich nicht in Kreisläufen fest, sondern das sind Emissionen durch die Nutzung zum Beispiel fossiler Brennstoffe, die einfach dazukommen, die zusätzlich da sind, die sich nicht neutralisieren lassen. So einfach, ohne dass wir uns irgendwelche speziellen Verfahren, Klima senken oder irgendwas einfallen lassen. Das ist unser Problem. Und nicht das Rind. Das Rind lief auf dieser Welt schon rum und hat gepupst und geröbst, bevor der Mensch überhaupt mit seiner Evolution begonnen hat. Und das müssen Sie endlich mal verstehen, Herr von Hirschhausen. Anschließend lehnt er sich, nachdem er diesen ganzen Blödsinn in die Welt rausposaunt hat und da auch irgendwelche wilden Rechnungen aufgestellt hat, wie viel das alles kostet. Das kann man alles widerlegen. Das ist alles totaler Schwachsinn. Dann lehnt er sich auf eine Gemüsekiste und sagt, Und wenn wir was Gutes tun wollen, dann müssen wir jetzt Hafermilch trinken und dann müssen wir jetzt hier mehr Gemüse essen. Das ist Schwachsinn. Wie wächst denn Gemüse? Gemüse braucht Stickstoff. Bei der Umsetzung von Stickstoff, auch in natürlichen Prozessen, wird Lachgas frei. Die Pflanze atmet auch. Natürlich macht sie auch Photosynthese und zieht sich CO2 aus der Luft. Aber auch das sind alles biogene Prozesse. Das sind alles Kreisläufe. Genau wie beim Rind finden diese Kreisläufe auch bei Pflanzen statt. Das ist überhaupt kein Unterschied. Und wenn wir keinen Dünger dazu bringen, dann zehren wir vom Humus. Dann bauen wir Humus ab. Dann wird der Pflanzenbau klimaschädlich. Und wie wollen wir denn düngen? Wollen wir mineralisch düngen, was viel Gas kostet, was viel Energie, viel fossile Energie kostet? Oder wollen wir mit natürlichen Düngemitteln düngen? Also aus der Tierhaltung. Wenn wir die Tierhaltung abschaffen und sagen, das ist alles scheiße, dann können wir das auch nicht mehr machen. Dann müssen die Pflanzen den Humus abbauen. Das heißt, es wird wieder mehr CO2 frei, dass er vorher irgendwann mal schon aus der Atmosphäre rausgeholt wurde. Auch pflanzliche Ernährung ist klimatechnisch nicht besser als tierische Ernährung. Darüber müsst ihr euch endlich mal klar werden. Dünger in der Umsetzung für Pflanzen produziert Lachgas. Und in der Herstellung, wenn wir mineralisch herstellen, braucht er fossile Brennstoffe. Das ist einfach so. Und wenn wir nicht düngen, dann bauen wir Humus ab. Guckt euch die Punischen Kriege. Das alte Rom, die Kornkammer Roms war Nordafrika. Ist alles weg. Kein Humus mehr da. Wegen falscher Landwirtschaft. Und den Fehler, den dürfen wir nicht nochmal machen. Wir müssen, wir müssen nachhaltig arbeiten. Das ist richtig. Das weiß ich auch. Und das wissen wir alle. Und das wollen wir alle. Wir wollen die Generationen, die nächsten Generationen doch auch noch ernähren. Und wir wollen doch unseren Kindern, unseren Enkelkindern gesunde Betriebe übergeben. Das ist doch unser Antrieb. Ich verstehe nicht, warum das nicht in die Köpfe solcher selbsternannten Weltverbesserungsschwurblereien will. Tut mir leid, wenn ich das mal so deutlich sage. Und ich bin auch gerne bereit, mich mit Herrn von Hirschhausen auseinanderzusetzen. Können wir jeden Tag machen. Und wir können auch gerne mal was gemeinsam machen, was wirklich ehrlich und auch nachhaltig ist. Aber diesen Schwachsinn immer wieder zu verbreiten, das hilft niemandem. In diesem Sinne allen einen schönen Tag. In diesem Sinne allen einen schönen Tag.